Die machen ihn halt, äh, pretty fast, ne? Ja, ja, das war das Game. Alex, kommst du? Nö. Halt den einfach nur am Leben. Halt den ab, halt den Backport ab. Einfach nur Backport abhalten. Halt den die Scherbe halt, ne? Ja, dann sterb halt, aber... Pass auf, geh so, dass er dich nicht in die Base ulken kann. Warum machst du die E an? Boah, Junge. Digga, was war das für ein Game? Ich habe fast das Game gekostet, also den Wind da gekostet. Junge. Sind Knie die Ellenbogen der Beine? Ja. Ja. Würde ich safe sagen, oder? Knie sind die Ellenbogen der Beine. Das wird hier ein Fifty-Fifty, glaube ich, oder? Das wird ein Fifty-Fifty und wir haben Alex. Oh, ich sterbe, Bruder. Das ist gar nicht gut. Ey, ey, lass ihn mal nicht Backporten. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, dann mach doch! Ja, ja, ich habe jetzt STP abgehabt. Ich habe es, das war eine Sekunde. Ich steal den Baron. Okay, wir haben einen neuen Setson. Ich habe den Port ab, Ehre. Oh, die Bingsböcher. Sie stellt... Henry, du musst hier zuhören. Ich habe noch einen Port abgebrochen. Aber ich sterbe. Einer, einer kommt nur, einer kommt nur. Ich glaube, da geht gerade irgendwas. Jonas, haut drauf, einer kommt. Ja. Äh, Tom for Tusken Leather. Ähnlich. Der hat kein Uld. Wonach liegt das? Leder. Jonas, ooooh! Leder? Was für ein Game. Dicker, ich komme doch. Ich habe TP halt vier Sekunden noch gehabt, äh, Cooldown, als ich das gesagt habe. Was gut zum Latex. Ey, ich glaube, ihr habt gewonnen. Bis zum nächsten Mal.